Hier sehen Sie ein Pärchen Möwchen und deren Junge. Es handelt sich hier um ein Nest mit sechs Jungvögeln, die in dem Beringungsalter nun sind. Ich werde jetzt kurz das Nest abnehmen, damit wir uns das gemeinsam mal anschauen, wie die Kleinen aussehen. Ganz abnehmen kann ich es nicht. Dafür habe ich hier eine Sicherung eingebaut, dass es nicht abfallen kann. Da macht das Züchten Spaß.